Nach zwei verpassten Aufstiegen unter Trainer Maikus Anfang hat man sich bei Dynamo Dresden darauf geeinigt, einen Neuanfang zu wagen und in die kommende Drittligasaison mit einem neuen Trainer zu gehen, in Person von Thomas Stamm, der von der Zweitvertretung des SC Freiburg kommen wird und somit der nächste Dresden-Trainer mit Wortspielpotenzial sein wird, aber vor allem auch sportlich einiges zu bieten hat. Was genau und wie er Fußball spielen lässt, zeige ich euch in diesem Video. Zunächst mal zu mir, ich bin Freiburg-Fan, habe dementsprechend vor allem die Zeit von Stamm als Trainer der zweiten Mannschaft in der dritten Liga verfolgt, auch nicht extrem intensiv, weil es halt nun mal nur die zweite Mannschaft war, aber schon so, dass ich hier ein bisschen was über ihn berichten kann. Ich kann aber ehrlich gesagt nicht beurteilen, inwiefern seine Arbeit mit Dynamo Dresden als Verein kompatibel ist, sowohl von seiner Art als auch von seiner Spielweise in Bezug auf den Kader. Da würde mich vor allem eure Einschätzung interessieren, nachdem ihr das Video gesehen habt. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, wir starten jetzt rein in das Porträt von Thomas Stamm. Mit 41 Jahren ist der Schweizer, der den SC Freiburg nach neun Jahren zum Saisonende verlässt, ein immer noch recht junger Trainer, der von außen betrachtet schon so ziemlich auf Augenhöhe mit seinen Spielern agiert. Stamm hat zunächst die A-Jugend, also die U19 des Sportclubs trainiert, später dann die U23, also die zweite Mannschaft nach dem Aufstieg in die dritte Liga übernommen, dann stabil ins Mittelfeld geführt, in der zweiten Saison wurde man tatsächlich Vizemeister hinter Elversberg und dann gab es den Ausreiser nach unten in der aktuellen Saison, den ich später aber noch kurz relativieren werde. Er war zwar noch nie verantwortlich für eine Herrenmannschaft, aber ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt und auch ein guter Übergang. Hat sich stetig hochgearbeitet, erst bei der Schweizer Nationalmannschaft in U15 und U16 als Co-Trainer gearbeitet, dann zunächst beim SC Freiburg die U19 hauptverantwortlich trainiert, dann die U23, also auch vom Alter und von der Verantwortung stetig hochgearbeitet. Und ich glaube, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt in seiner eigenen Entwicklung als Trainer auch eine Drittliga-Profi-Mannschaft zu übernehmen. Ich glaube, vom Niveau passt das auch ganz gut. Es gab ja wohl auch unter anderem Interesse von Hertha BSC, aber ich glaube, die dritte Liga passt schon ganz gut. Auch vom Spielstil, zu dem wir gleich noch kommen, dass er da eine Top-Mannschaft trainiert, die vor allem mit Ball agieren muss. Er kann auf jeden Fall auch junge Spieler entwickeln, das belegen zahlreiche Beispiele, die jetzt im Profifußball tätig sind. So war er als Jugendtrainer in U19 und U23 entscheidend an der Entwicklung einiger heute gesetzten Erst- bis Drittligaspielern beteiligt. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, Philipp Treu, derzeit bei St. Pauli, Enzo Leopold, Hannover 96, Robert Wagner, derzeit von Freiburg an Fürth verliehen, Janik Engelhardt bei Fortuna Düsseldorf, Lars Kehl beim VfL Osnabrück, Kevin Schade spielt sogar Premier League beim FC Brantford, Jordi Makengo, Noah Weishaupt, Kenneth Schmidt sind alle bei der ersten Mannschaft von Freiburg mittlerweile. Man kann natürlich auch Noah Atubolu als Torhüter erwähnen. Dann gibt es auch noch einen Maxi Dietz, der bei Fürth spielt. Auch Nico Schlotterbeck hat er in der U19 trainiert, bevor er dann den Durchbruch geschafft hat. Und er hat zudem auch schon zwei aktuelle Dresden-Spieler trainiert. Zum einen Claudio Kammerknecht, sowohl in der U19 als auch in der U23, aber auch Luca Herrmann, damals in der U19 bei Freiburg. Bezüglich des Spielstils lässt Thomas Stamm meistens in einem 4-3-3 oder 3-4-3 spielen, häufig auch abhängig vom Gegner. Also das sind so die zwei Grundordnungen, die man von ihm erwarten kann. Ich blende euch im Hintergrund auch immer mal wieder ein paar Ausschnitte aus dem Spiel gegen Aue ein. In dem Fall hat man aus einer Dreierkette herausgespielt. Gegen den Ball verteidigt man es generell ziemlich kompakt und hält es im Zentrum eng. Je nach System halt eben, wie man spielt mit Vierer- oder Fünferkette in letzter Linie. In dem Beispiel, wie gesagt, mit Fünferkette aus einem 5-3-2 heraus. Die Herangehensweise mit und ohne Ball ähnelt schon stark dem, wie die erste Mannschaft vom SC Freiburg spielt, weshalb die Durchlässigkeit der Talente zuletzt auch so hoch war. Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich schon sagen, dass der Fokus bei Thomas Stamm tatsächlich schon eher auf dem Spiel mit Ball liegt. Also im Ballbesitz ist aber bei einer so guten Jugendarbeit irgendwo auch folgerichtig, da die Spieler technisch extrem stark sind. Im Spielaufbau spielt man durchaus mutig, versucht es meistens flach hinten raus zu spielen und recht schnell vertikal nach vorne zu kommen. Dabei wird auch durchaus der Torhüter mit einbezogen und man baut meistens aus einem 4-3-3 heraus auf. Egal ob man jetzt das 4-3-3 als Grundordnung hat oder das 3-4-3, denn meistens spielt man im Zentrum mit einem recht spielstarken zentralen Innenverteidiger, der dann aufrückt und den Sechser gibt und zwei Achter vor sich hat und ansonsten bildet man ein klares 4-3-3. Dass man viel Wert auf das Spiel mit Ball legt, zeigen auch die Statistiken, denn so ist man vorne mit dabei in der Liga, was Ballbesitz und angekommene Pässe angeht und das obwohl man ja ziemlich abgeschlagen letzter ist. Trotzdessen ist man das Team mit den meisten genauen langen Bällen. Also Stamm setzt auf einen guten Mix aus langen Bällen und mutigem Aufbauspiel hinten heraus. Er möchte also schon ganz klar den Ball haben, aber wird man jetzt hoch zugestellt und gepresst, dann ist man sich auch nicht zu schade, den langen Ball auszupacken und dann den Ball vorne festzumachen oder auf zweite Bälle zu gehen, um so das Pressing zu überbrücken. Den Spielstil zieht Stamm meistens auch strikt so durch, selbst wenn er da als Trainer einer zweiten Mannschaft immer wieder auf Kaderveränderungen reagieren musste, wenn zum Beispiel Spieler aus der ersten Mannschaft oder der O19 mitgespielt haben. Weiter vorne setzt er dann auf ein klares Positionsspiel, wir haben jetzt hier das Beispiel im Spiel gegen Aue, 3-2-5. Man hält auf beiden Seiten die Breite und generell sind alle Räume gut besetzt. Im letzten Drittel des Gegners gibt es dann viele Flanken aus dem Halbfeld oder Durchbrüche über Außen, von wo man dann ins Zentrum flankt oder flache Hereingaben in den Rückraum spielt. Da habe ich hier auch mal eine Szene mitgebracht, die exemplarisch für die Chancenkreation eines Stammteams ist. Da lässt man den Ball erst durch die eigenen Reihen laufen und spielt dann den linienbrechenden Pass, in dem Fall vom rechten Innenverteidiger, auf den rechten Achter, der hier im Halbraum positioniert ist und sich zwischen den Linien anbietet. Der kann dann wiederum nach Erhalt des Passes aufdrehen und das Spiel auf die andere Seite verlagern, auf der der linke Außenspieler die Breite gehalten hat. Somit haben sie außen einen Durchbruch erzielt, die Flanke kommt dann rein, flach an den Fünfer. Es gibt auch den Abschluss, geht in dem Fall vorbei, aber das war auf jeden Fall eine gut herausgespielte Chance, die exemplarisch dafür ist, wie Teams unter Stamm sich Chancen herausspielen. Zudem zählt auch zu seinen Prinzipien, dass man die Box gut besetzt, was hier auch der Fall ist, also viele Spieler im Strafraum, was einfach die Chance auf einen Abschluss erhöht, beziehungsweise auch die Möglichkeit, den zweiten Ball zu erhalten, falls der erste geblockt wird. Generell war sein Spiel meist auf einen spielstarken Zielspieler zugeschnitten, im Sturmzentrum vorne drin, mit Vincent Vermey in den zwei Saisons zuvor, spielt mittlerweile bei Fortuna Düsseldorf auf echt hohem Niveau, spielt um den Aufstieg in die erste Liga und Maximilian Bräunig in der jetzigen Saison war auch teilweise bei der ersten Mannschaft dabei und hat jetzt seinen Profi-Vertrag beim 1. FC Heidenheim unterschrieben. Also ein klarer Zielspieler als Fixpunkt in der Offensive ist unerlässlich für das Spiel von Thomas Stamm, sowohl für die langen Bälle, um die festzumachen oder weiterzuleiten, aber auch aus dem Spiel heraus, um der Gegner zu binden und den Ball öfters mal gut klatschen zu lassen und auch in der Chancenkreation beteiligt zu sein. Deshalb habe ich ja gemeint, ein spielstarker Zielspieler, denn das waren beide und ist ziemlich wichtig für die Spielidee von Stamm, für den alleinigen Stürmer im Zentrum. Außerdem sind noch die sehr guten und einfallsreichen Standards zu erwähnen, sofern diese in seinen Verantwortungsbereich fallen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich zu weit weg vom Trainerteam, aber auf jeden Fall waren die Standards bei Freiburg 2 in den Jahren, wo Stamm da war, echt gut. Interessanterweise wechselt er vom Team mit den am Abstand wenigsten Schüssen pro 90 Minuten in der aktuellen Saison zum Team mit den am Abstand meisten Schüssen pro 90 Minuten, nämlich zu Dresden. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante Info. Mal schauen, was man damit anfangen kann und was sie dann letztendlich zu bedeuten hat. Auf jeden Fall könnte man das auf die individuelle Kaderqualität zurückführen. Und das bringt mich auch nochmal zu dem Punkt zurück, über die gerade abgelaufene Saison zu sprechen, die ja schon auch nicht gerade gut verlaufen ist für Freiburg 2. Ich meine, man wurde letzter letztendlich, ist nochmal so ein bisschen reingerückt, reingerückt, aber eigentlich stand die halbe Saison lang schon inoffiziell fest, dass man absteigt. Man hat einfach extrem schwach gestartet. Hinten raus war es okay, man war auch nie sonderlich abgeschlagen, dass man jetzt extrem hoch verloren hätte. Meistens konnte man die Spiele recht eng halten, aber letztendlich steht halt dennoch ein verdienter Abstieg da, den ich aber keineswegs an Thomas Stamm festmachen würde, da er die zwei Jahre zuvor wirklich das Maximum aus dem Kader herausgeholt hat, unter anderem ja mit der Vizemeisterschaft im Jahr zuvor und genau dieser Kader war dieses Jahr einfach deutlich schwächer aufgrund der Abgänge zahlreicher Leistungsträger, also sowohl externe Abgänge zu anderen Vereinen, aber auch interne Abgänge, nämlich wenn Spieler oben gebraucht wurden beziehungsweise generell hat man Spieler wie Atubolu komplett nach oben gezogen. Der war letzte Saison der beste Drittliga-Kieber neben Batz von Saarbrücken, aber auch ansonsten hatte man bei der ersten Mannschaft enorme Verletzungsprobleme. So haben gerade gegen Ende der Saison viele A-Jugendspieler mitgespielt, die es zwar gut gemacht haben, sich aber schon noch strecken müssen, um auf Drittliga-Niveau mitzuhalten und deshalb würde ich Stamm kaum vorwerfen, dass er jetzt für den Drittliga-Abstieg verantwortlich ist. Zumal er trotzdem ansehnlichen Fußball spielen lassen hat, junge Spieler weiterentwickelt hat und gerade auch Top-Teams aus der Liga konnte man es immer mal wieder schwer machen und denen auch mal ein Bein stellen, trotz der eigenen recht aussichtslosen Situation. Auch Christian Streich hat zuletzt in einer Pressekonferenz sehr lobend über Stamm gesprochen und ihm nur das Beste für die Zukunft gewünscht, nachdem es wohl auch eine knappe Entscheidung zwischen ihm und Julian Schuster als Nachfolger des scheidenden Streichs als Trainer der ersten Mannschaft gewesen sein soll. Also auch von anderen Funktionären wie Hartenbach oder Saar wurde er mehrfach gelobt. Man wusste auf jeden Fall, was man da für ein großes Trainertalent in den eigenen Reihen hat. Nichtsdestotrotz hat man sich jetzt für Julian Schuster entschieden, was aber nicht schmälern soll, wie gut Thomas Stamm ist. Vor allem hat er schon deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen und gerade in der dritten Liga kann das Dynamo Dresden, denke ich mal, auf jeden Fall helfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich schlagen wird, werde es auf jeden Fall auch verfolgen und drücke ihm, aber auch Dynamo Dresden, die Daumen, dass es nächste Saison mit dem Aufstieg klappen wird. Ich denke mal, das sollte schon das Ziel sein. Er wurde ja auch schon Vizemeister, hat dementsprechend auch dahingehend schon in der Liga-Erfahrung, auch wenn man damals nicht aufsteigen durfte. War übrigens der Punkterekord für eine zweite Mannschaft jemals in der dritten Liga. Selbst Bayern hatte nicht so viele, als sie damals Meister wurden. Also ja, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass es was werden kann mit Thomas Stamm. Aber was denkt ihr? Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, inwiefern seine Spielweise, seine Philosophie kompatibel mit dem Verein und dem Kader ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, als jemand, der nicht allzu viel mit Dynamo Dresden am Hut hat. Lasst mir ansonsten auch gerne ein Like oder Abo da, falls es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.